Wenn die alten Griechen Informationen benötigen, dann mussten sie den beschwerlichen Weg nach Delphi gehen. Wenn wir heute Informationen benötigen, dann zücken wir einfach unser Smartphone. Egal ob die Lottozahlen von gestern, das Wetter von morgen oder der Weg nach Hause. Bei jedem Zweck gibt es eine App. Praktisch, oder? Und ganz besonders praktisch ist die neue Telematik-App aus dem Hause Krone. Ihr kennt das ja. Der Job verlangt euch schnelle Entscheidungen ab. Aufschieben und zögern ist keine Option. Daher benötigt es kleine treue Helfer, die euch konstant auf dem Laufenden halten. Einer dieser treuen Helfer ist die Krone Telematik-App. Die App informiert euch über alles Wissenswerte aus dem Bremssystem, den Reifendrucksensoren und dem Kühlaggregat. Und da wir bei Krone der Ansicht sind, dass eine App euch unterstützen soll, ohne permanent eure Aufmerksamkeit zu fordern, könnt ihr zahlreiche Alarmfunktionen einrichten, die euch aktiv über Abweichung von Soll- und Istwert informieren. Eure Frachtpapiere könnt ihr praktischerweise digital in der App hinterlegen. Und wenn die Fracht, die ihr laden wollt, mal ein paar kleine Schönheitsfehler hat, schickt ihr doch einfach über die App ein paar Bilder an euren Disponenten. Besonderes Highlight, über die App habt ihr direkten Zugriff auf die Türverriegelung und auch die Kühltemperaturen und Fehlercodes der Kühlaggregate. Und im Störfall führt euch die App sogar bis in die nächste Krone-Service-Partner-Werkstatt. Das Ganze funktioniert in der Apple-Welt sowie auch in Android. Fahrzeug und Fracht sind wichtig, aber der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Deswegen haben wir unsere Krone Telematix-App benutzerfreundlich und intuitiv aufgebaut. Und das Beste dabei ist, jeder der Krone Telematix kauft, bekommt die App automatisch mit dazu. Das kostet keine Krone Euro mehr.